Willkommen zurück zu Space Quest 1 Teil 8. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Delta-O-O-O-O, dem mächtigsten Schiff der Sarien, der bösen Sarien-Rasse, welche die Galaxie vernichten möchte. So, und zum Dankeschön werden wir jetzt einfach mal hier diese Wache küssen. Als du deine Lippen spitzt und dich auf den Sarien zu lehnst, um ihn zu küssen, erinnerst du dich, was dir deine Mutter immer über Sarien beigebracht hat? In einem selten Moment der Weisheit solltest du, sag mal, was ist denn schon wieder los? In einem selten Moment der Weisheit wählst du, dass du vielleicht nur das anfangen solltest, was du auch willend bist, zu Ende zu führen. Hahaha, wow, okay. Aufzug nach oben. Willendlich bist, zu Ende zu führen. Willendlich. Und wir laufen weiter, diesmal nach rechts. Und gucken, was es hier so alles zu entdecken gibt. Oh, da oben sehe ich schon Geländer rechts. Hm. Wo uns das wohl jetzt hinführen wird? Ah. Oh. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Hallo? Ah. Okay, hier ist ein Raum mit einer Wache. Und der Star Generator, würde ich sagen, oder? Look around. Ja, genau. Wir sind über dem Star Generator. Da unten ist er. So nah waren wir noch nie. Hehehe. Okay. Dann gucken wir mal, was hier jetzt rechts ist. Oh. Hallo. Wer bist du denn? Willkommen zu der Waffenausgabe. Wie kann ich Ihnen dienen? Könnten Sie mal bitte Ihre Identifikationskarte zeigen? Oh. Haben wir eine? Oh Gott. Wir haben keine Identifikationskarte. Äh. Wo sollt man eine Identifikationskarte herbekommen? Cartridge? Keycard? Wir haben eine Keycard. Ein Survival-Messer haben wir. Vielleicht ist es so komisch, aber sie noch nie gebraucht haben. Aber Moment mal. Identifikationskarte? Habe ich irgendwas verpasst? Hm. 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 Vielleicht probiere ich einfach mal aus. Machen wir so wie mit dem Dingsbums. Da vielleicht... Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Ähm. Warte mal. Mir fällt gerade das ein. Search. Äh. Uniform. Ne. Search. Body. Äh. Ja. Zeigen wir ihm doch einfach mal die ID. Die wäre ja wahnsinnig. Show-ID. Ich habe keine. Tja, wo habe ich die denn her? Oh Mann. Das ist wieder eine Sache. Da habe ich total vergessen jetzt. Wo hatte ich die her? Hm. Fällt mir jetzt nicht an. In der Waschmaschine vielleicht? Oder in der Kiste? Nee. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Wo könnten wir die ID herbekommen? Tja. Verdammt. Ach, so ein Mist. Äh. Take ID Card. So. Äh. Oh Mann. Aha. Jetzt wollte ich sie ihm klauen. Und dabei bemerken. Das war das gleiche, was ich eben gerade auch machen wollte. Ich wollte sie einfach aus der eigenen Uniform rausnehmen. Was man natürlich nicht machen kann, indem man schreibt, äh, Search Uniform oder irgendwas. Nein. Jetzt habe ich die Karte. Okay. Okay. Dann, hallo, Robby, der Roboter. Äh, Talk Droid. So. Droiden sind nichts. Für kleine Pläuschchen. Programmiert zum Chitchatten. Und schon gar nicht für Nonsets. Okay. Show ID. Excuse me. Ich werde ihre Waffen holen. Äh. Äh. Verdammt. Daran erinnere ich mich. Das sind Granaten hier. Oh. Jetzt haben wir die... Wir haben jetzt eine Waffe bekommen. Die... Den Pulse Ray. Den wir auf Rang 1 bekommen können. Okay. Dann können wir nochmal Show ID. Show ID. Only one weapon per... Hm. Kann ich den vielleicht einfach abschießen jetzt? Moment. Machen wir das doch mal. Speichern wir nochmal. Hm. Dann können wir doch einfach... Delta... Shooting. Delta Shooting. 6. Er weist nicht darauf hin. Er ist nicht dafür programmiert zu sterben. Deshalb weist er mich darauf hin, dass es... Sehr unhöflich ist, die Waffe... Ähm... Innerhalb des Raumschiffes zu benutzen. Er hat mich gewarnt. Wir sind tot. Ja, 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 ja. Natürlich. Oh. Guck mal, wie schön ich Delta Tower geschrieben hab. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wie schön ich es geschrieben habe. Okay. Dann können wir jetzt vielleicht die Granaten nehmen, die hier sind. Take a grenade. Schneider. Oh. Ähm... Show ID. Ja, normalerweise geht der weg. Ach. Moment. Wir machen das Ganze nochmal. Also normalerweise... Ach, verdammt nochmal. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Ich werd verrückt. Okay, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Wir laufen jetzt einfach nochmal durch. Wir laufen jetzt einfach nochmal durch. Ihr kommt jetzt einfach mit. Ich mach jetzt hier nicht einen Ladefritz oder sonst irgend sowas, sondern wir gehen jetzt einfach hoch. So. Lalalala. Wir haben das alles noch gar nicht gesehen. Das ist ja alles ganz neu hier. Jetzt gehen wir nach rechts. Lala. Guck mal, wie schnell so ein Let's Play eigentlich wäre, weil man einfach alles weiß und ganz genau... Und jetzt gehen wir nach rechts. Dieser Bildschirm ist schön. Da kommt ein Zarian. Take ID. Ha. Wir haben sie in der Tasche gehabt. Zack. Geht er schnell. So. Ey, geh mal aus dem Weg. Und ich schneide dich durch. So. Oh. Der Sterngenerator. Wunderschön. Sieht toll aus. Weiter. Nächstes Bild. Oh. Ein Zimmer mit einem Roboter. Da. Zwei Granaten. Ein Roboter. Wir geben schnell den Text ein. Show ID. Zack. Ich muss jetzt aber schnell schreiben. Huch. Schnell. Grenade. Ja. Fantastisch. Jetzt hörte ich... Wie schnell hörte ich das denn schreiben sollen eigentlich? Äh. Vielleicht mal... Drop... Weapon. CivilHuman. That would not be helpful. Ja, Moment mal. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich kann doch nur eine Granate nehmen. Hm. Kann ich den nicht einfach erschießen, den Typ? Ich mein... Wozu brauche ich denn die Granate? Ich kann einfach da reingehen. Peng, peng. Wutz die Wutz. Habe ich jetzt schon wieder nicht geladen, ne? Ach, verdammt nochmal. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Weg mit euch nochmal gehen müssen. Ähm... Also eigentlich brauchen wir dann eine Granate. Das weiß ich. Garantiert. Äh... Vielleicht können wir die Granate einfach abschießen. Padutsk. Padutsk. Jaja, du hast mich gewarnt. Oh, wir müssen eh restauren. Also dann werde ich jetzt, ähm... Laden. Das werdet ihr jetzt gar nicht mitbekommen. Und... Wir werden dann nochmal hingehen. So, hier sind wir wieder. Und weiter geht's. Äh... Jetzt probieren wir mal ganz, ganz schnell zu schreiben. Show ID. Und dann uns die Granate zu nehmen. Was? Nicht nah genug. Okay, verdammt nochmal. Show ID. Genau. Gott, bin ich ein langsamer Schreiber. Puh. Ah! Okay, jetzt haben wir eine Granate und den Pulse Ray. Äh... Die zweite Granate. Können wir die vielleicht nehmen? Nee. Mal gucken. Erstmal machen wir jetzt ein bisschen Quatsch hier mit der Granate. Die werden wir nämlich hier dem Typen jetzt auf den Kopf werfen. Hehe. Natürlich speichern wir vorher. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz, ganz klar. Das wir natürlich vorher speichern. Ship Action. Natürlich. Drop. Ähm... Ähm... Grenade. Ähm... Bonk. Äh... 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 Und wir haben die nächste. Tja. 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 La 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 la. Speichern wir nochmal. Weil das ist mir alles viel zu gefährlich, dass jetzt hier wieder irgendwas passiert. So, so kurz hier, so kurz vor dem Star Generator da unten. Und, äh... Mal gucken, ob wir jetzt schon hier ein bisschen, wenn einer kommen sollte, den direkt abknallen. Zack. Aber ratzfatz schießen wir den ab. Jetzt ist nämlich Zeit der Rache. Natürlich... Huch. Oh. Ups. Du bist aber ungeschickt. Tja. Wegen deiner, ähm... Unfähigkeit, ähm... Zu laufen. Ähm... Tja. Ohne zu fallen, zu laufen, ist der Helm jetzt den Aufzug hin hoch und runter gefahren und der ist weg. Die Sirens werden dich jetzt sofort, also sofort schießen und wir müssen jetzt für alles bereit sein. Okay. 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 Oh, wir haben rote Augen. Hatten wir schon immer rote Augen? Okay. Okay. Jetzt... Jetzt ist die... Jetzt ist die große Frage. Moment. Speichern nochmal. Ja, ja. Ich weiß, aber trotzdem müssen wir jetzt nochmal speichern. Speichern. Schiff. Hehehe. Schiff-Aktion. So. Schiff. Hehehe. Okay. Und weiter. F6 schnell den Finger. Pau. Was? Wenn der Roboter-Troide lachen könnte, welcher da nicht verprogrammiert ist, würde er... Äh... Der Puls-Rail funktioniert nur gegen lebende Menschwesen. Oh. Wir sind desintegriert worden. Hätte ja sein können, dass irgendwas anders passiert, ja. Also gucken wir nochmal hier die Schiff-Aktion. 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 So. Und jetzt rüber. Und hoffentlich ist kein Roboter da. Ah. Och, komm. Ach so. Wir müssen das Spiel wieder auf langsam stellen. Natürlich. Habe ich ganz vergessen. Weil sonst ist es unmöglich, in der Schiff-Aktion was zu machen. Okay. Die Geschwindigkeit auf normal stellen. Den Finger am Abzug. Und... Zack. Nein. Schnell wieder zurück. Uh. Uh. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Wieder der blöde Roboter. Komm. Jetzt werden jetzt wieder der Dingsum da ist. Zack. Nein. Und wieder zurück. Und... Zack. Sag mal. Überall sind Roboter. Wollen die mich veräppeln, oder was? Zack. Uhu. Das war aber schön. Und... Zack. Nein. Keiner da. Also, dann gehen wir jetzt mal mit normaler Geschwindigkeit nach vorne. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam gehen wir jetzt nach vorne. Speichern hier natürlich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Schiff-Aktion. Ähm. Und, ähm... Speichern. So. So. Okay. Finger am Abdruck. Finger am Abdruck. Finger am Abdruck. Zack. Ne. Keiner da. Okay. Dann können wir auch wieder auf normale Geschwindigkeit. Nämlich die schnellste stellen. Sniff-Alien. Sniff-Alien. Oh, was schreibe ich denn? Ich könnte mal da ein Schnüppern. Entschuldigung. Das würde doch erlaubt sein. Take-Alien. Take-Alien. Ja, okay. Also, wir können ihn nicht mitnehmen. So. Dann schauen wir uns doch mal den Generator an. Ein Control Panel ist auf dem... Ganz unten. Äh... Use-Control-Panel. Äh... Lock-Panel. Oh. Ah, das ist ein Force-Field. Ah, okay. Also, da jetzt weiß ich, wo wir die zweite Granate brauchen. Wieder gleich wieder bereit sein. Gleich wieder bereit sein. Und hier ein bisschen Wildwest-mäßig. Zack. Ja, ja, ja. Okay. Dann müssen wir jetzt gar nicht mehr hintergehen. Theoretisch könnten wir direkt bei der Schiffaktion laden, oder? Genau. Wir haben ja nichts anderes gemacht. Außer einen zerschossen, was wir nicht wirklich brauchen. So, nach oben. Müssen wir nämlich noch die andere Granate runterwerfen. und den, ähm, Schild zerstören. Na gut. Na gut. Zack. Ah. Ja, ja. Habe ich auch die... Die Western-Reflexe. Zack, 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 zack. Ich drücke einfach nur drauf. Wir haben gerade gar nicht geschwind. Zack, zack. Zack, zack. Komm. Komm her. Genau. So. Die Spiele damals sogar noch gute Reflexe verlangt haben, oder? Hm, hm. Zack, zack. Ha. Okay, und jetzt gucken wir aber nach hinten und machen jetzt nochmal Drop Granate. Nee, erst speichern, bevor jetzt wieder irgendwas falsch ist. Es könnte ja wieder sein, dass irgendwas nicht stimmt. So. Drop Granate. Nee. Ist wieder ganz anders geschrieben. Was? Drop, Drop. Ach, Drop, Drop. Granate. Ach, komm. So. Wui. Äh. Nein. Nein. Was hast du denn jetzt... Sieh, das meinte ich eben gerade. So, huch, puff, weg ist sie. Vielleicht könnte ich die unten dagegen werfen. Hm. Drop. Grenade. On. Generator. Das does not compute. Vielleicht von hier vorne. Puff. Ja, aber hier hinten, wenn ich die da hinten runterwerfe, dann sollte die dort drauf fallen, oder nicht? Rrrr. Oder? Bin ich jetzt wieder mal geistig verwirrt, ummantelt. Ummantelt. Hm. Ach. Ach. Wie ein Blitz fällt es mir ein. Oh, schnell wieder sitzt. Tchut, 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 tchut. Okay. Wieder, wir müssen wieder runter. Ach. Ja, ja, ja. Ähm. Um die, nein, die lange Zeit, Wartezeit ist nicht, äh, tch. Lange Wartezeit. Um die lange Wartezeit der eventuellen tausend Tode, die ich jetzt sterben werde, zu überbrücken, ähm, werde ich jetzt laden, bis wir wieder unten in dem Zimmer sind. Mir ist nämlich eben gerade was eingefallen. Bis gleich. So, hier sind wir wieder im Raum und, ähm, das ist das, was ich von vornherein getan, äh, getan hätte, tun sollen. Ähm, 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 wir haben einen Umschalter gefunden, auf dem An und Aus steht. Push off. Ach, ne, jetzt haben wir ihn gar nicht, oder was? Äh, Inventory. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Was haben wir? P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. P-p-palpesdzrate Remote Control. Ja, was will ich wohl damit machen? Ausmachen will ich's? Das gibt's doch gar nicht, äh, äh, on, ne, pressbutton vielleicht? Ah, mhm, plötzlich geht das Force Field, welches denn Star Generator beschützt, aus. Wups. Okay, ach, ich dachte, das wäre der Generator. Naja, speichern mal wieder. Würde ich jetzt mal so ganz salopp sagen. Halt, 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 das liebe ich also sehr bei dem Speichern hier. Speichern müssen wir natürlich. Und jetzt, ähm, Use Panel. Zack. Look Panel vielleicht? Ah, dort ist das Paneel. Können wir die Maus bewegen? Nein, können wir nicht. Äh, Enter to select key. Aha, also wenn wir F6 machen, dann, nee. Ah, jetzt haben wir die Kontrolle über das Gerät. So, äh, wie war nochmal der Code? Ähm, 6, äh, halt. Der Blätter mal stehen. Ah, Doppelklick sozusagen. 6, Enter. 7, 8, 5, 8, eh. Detonation Circle has begun. Oh. Fantastisch. Ähm, ja. Hehe. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das wäre sehr schön zu wissen. Der Star Generator fängt an zu vibrieren. Ähm, was? Time to blow this taco stand. Achso. Das ist, äh, die Hitze, die er erzeugt, zeigt, dass er bald explodieren wird. Okay, dann müssen wir jetzt schnell... Hä? Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hingehen. Äh, ah, das war jetzt der einzige Aufzug. Natürlich ist es... Oh. Äh, Mist, 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 Mist. Muss jetzt gerade dieser Roboter hier sein. Verdammt. Jetzt ist er weg, oder was? Hä? Warte, ist das jetzt hier ein anderes Stockwerk, oder wie? Was? Ach, nein. Der ist, das ist doch blöd. Ach, komm. Das ist doch wirklich blöd. Okay. Use Panel. Narnel. Äh, okay, also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Sekunde wieder, wo wir eben gerade schon waren. Okay, weiter geht's. Also, speichern wir erst mal wieder. Ganz, ganz wichtig. Bevor wir jetzt zum 40. Mal nach unten scrollen, bringe ich gerade mal ganz schnell den, ähm, Speichern nach ganz oben. Genau. Und jetzt können wir nämlich hier ein hunderschönes neues Savegame machen. So. Äh. Sch. So, und raus mit uns. Zack. Ah, da ist der Roboter. Hat natürlich nur auf uns gewartet, der blöde Jan. Okay. Zum Glück nichts hier. Ähm, Hangar, ein Hangar, ein Hangar. Wo war denn ein Hangar? Da war doch gar nichts, oder? Gleich mal zack. Nee, Mist. Mal gucken. Nee, jetzt ist der Roboter wieder da. Ei, ei, ei. Wieder der Roboter da. Ah, Mann. Jetzt müssen wir wirklich Glück haben, dass wir mit dem Roboter auch, ähm... Ach, ach... Ah, okay. Ist diesmal hier ein Roboter? Nee, dann brauchen wir auch nicht runtergehen. Also. Was? Ach, der Roboter ist wieder da. Das will mich doch jetzt wirklich veräppeln. Können wir jetzt vielleicht diesen Aufzug hier benutzen? Oh. Hehe. Ja, das war natürlich praktisch. So. Und jetzt würde ich sagen... Uuuuh. Geil. Geil, geil, geil. Ja, und jetzt? Enter Ship, oder was? Enter Ship. Pah, pah, pcha, 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 pahm. You swiftly slip into the sleek ship. You swiftly slip into the sleek ship. You swiftly slip... Ah. You swiftly slip into the sleek ship. You slip... Okay. Look around. Shuttle a Sarian ship. Fast and Seed build. Hahaha. Hahaha. Nicht, dass hier am Schluss wieder wie irgendwo rausfliegen... Okay, versteht er nicht. Push-Button vielleicht einfach mal wieder? Whee! Fantastisch! Ich glaube, 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 wir haben es geschafft. Fump. Brrrr. 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 Das ist blöd, wenn man den Text liest und ihn dabei übersetzt und dann bemerkt, Moment mal, eigentlich in Deutsch würde der Satz ganz anders heißen. Denn durch die Macht, durch die Kraft der Star Generators wurde die Delta in kleine Teilchen zerstört. Ähm. Du hast sie haben. Du hast das Leben von vier Millionen von Menschen in deiner Galaxie gerettet. Ähm. Nicht zu schweigen von den ganzen anderen Leben in anderen Systemen. Ja. Schau nur, dass jetzt nicht über den Kopf wächst, die ganze Angelegenheit. Herzlichen Glückwunsch, Roger Wilco. Du hast... Oh. The Evil Zarians? Die sind alle nur auf einem Raumschiff gewesen? Na, okay. Also, herzlichen Glückwunsch, Roger Wilco. Du hast das Universum von den bösen Zarian befreit und ganz nebenbei uns alle gerettet. Ähm. Die Star Generator Technologie ist jetzt sicher auf der Datenkassette, die wir natürlich jetzt haben. Den Generator können wir neu bauen und er kann seine ursprüngliche Aufgabe ausführen. Du bist ein All-Around-Hero, ein Supertyp. Ähm. Du hast es sicher nach Hause geschafft auf dem wunderschönen kleinen gestohlenen Zarian-Schiff. Ähm. Achso. Das ist gar nicht mehr der Text. Du hast es auf deinem kleinen Schiff nach Hause geschafft, wo dich auf Xenon eine jubelnde Masse... äh, jubelnde Menschen erwartet. Und alle haben sich versammelt, um dich zu huldigen. Applaus! Wuhu! Wir bekommen den goldenen Mob. Vielen Dank, Roger Wilco, dass du die Galaxie gesäubert hast. Sagt der Anführer der Xenon-Planeten-Föderation. Einmal ein Hausmeister. Immer ein Hausmeister, sagst du. Und der Roboter freut sich. Das Ende. Vielen Dank, dass Sie Space Quest 1 gespielt haben. Wir sehen uns in Space Quest 2. Danke. Scott Murphy. Mark Crow. Sol Ackermann. Der berühmte Ken Williams, natürlich. Ist ja ganz, ganz klatscher. Ist auch für dich, wo es der Lannis noch steht. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben leider nur 196 von 202 Punkten. Was? Oh. Deutscher Willco Galactic Warrior. Galactic Warrior. Das klingt aber gut. Das klingt gut. Tja, wir haben es geschafft. Space Quest ist durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Ich weiß nicht, ob das Space Quest 2 sein wird oder King's Quest 3 oder was auch immer uns erwarten wird. Das werden wir spielen und mit dem werden wir auch eine Menge Spaß haben. Wenn es euch gefallen hat und ihr auch noch weitere Videos von mir anschauen möchtet, weitere Hardcore Super Nerd Games, dann einfach abonnieren. Monitor streicheln, ach und was ihr alles noch mit mir machen möchtet, das will ich jetzt hier nicht so sagen. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Und es freut mich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Roger out.